Diva Jones, sag uns, wie hoch wird heute deine Periodenstärke? Wie lange wird's dauern, bis die Zuschauer und ich die ersten Symptome merken? Hast du schon große Schmerzen, Krämpfe im Mund, der Leib? Musst du gleich grundlos weinen? Beginnt sich zwischen deinen Beinen gleich alles rot zu färben, als würde sich die Sauce einer Ravioli-Dose in deine Hose leeren, oder? Oder trägst du heute Slip-Einlagen? Ich mein, in dieser Szene bist du Meister der Slip-Einlagen. Dick-Blamage, keine deiner Leins ist richtig gerade. Hält sich selber vor und point wie Kendrick Lamar in dem Shit, aber in jedem seiner Verses gibt's mehr Slips als in der verfickten Damen-Boutique. Oder in einer Bananen-Republik. Lass mich erklären, weil man's wörtlich nimmt, nur auf den Namen bezieht und in einer Bananen-Republik an jeder Ecke eine Bananenschale auf der Straße rumliegt, man drauf tritt und aufs Mauch fliegt wie Fritzins Omar damals bei dem Witz. Pussy, muck bloß nicht auf hier, du Rudi. Nix mit Hollywood. Frankfurt Rudi! Frankfurt Rudi! Frankfurt Rudi! Wir haben Witz zurück. Das war so genau, wie ich ... als Schnitt oder wo ich es ... Bei Er springen in dawes beginnt, was euch heruloße. Vielen Dank.